Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Potenzial für profitable Profite anzunehmen bei Jesse Zünschnur in Krustvar. An dieser Position. Nehmt die Quest gleich mal an. Ich darf mich nun zu dieser Position begeben. Wie es aussieht, gibt es hier einen Pfad, der nach unten führt. Dem laufe ich einfach nach. Hier sind Gegner. Ich mag keine Gegner. Ich bin da hinuntergesprungen und bin schon an der Position, wo man die Quest abgibt. Das macht man bei Jesse Zünschnur in Krustvar. An dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video hat euch geholfen. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.